Was geht? Herzlich Willkommen zurück zu einem weiteren Video. Wir sprechen heute über die Dinge, die 2K uns nicht gesagt hat, als sie in ihrem Livestream über NBA 2K25, MyTeam und die Änderungen in ihrem Livestream und im Courtside Report gesprochen haben. Let's go, wir haben einiges zu erledigen. Der erste Punkt, der mir nach einer Nacht schlafen und nach dem ersten Hypes in den Kopf kam, wer kann überhaupt das Auktionshaus nutzen? Das Auktionshaus war schon immer eine Sache, die erstmal freigeschaltet werden musste. Nicht jeder konnte direkt das Auktionshaus nutzen. Jetzt muss mit einem Rap-System noch erhöht werden, wie viele Spieler oder wie viele Auktionen du gleichzeitig laufen lassen kannst. Ich habe ein bisschen die Befürchtung, und das habe ich auch schon auf X gesehen, dass Leute sagen, und das ist natürlich auf Twitter alles erstmal toll und lustig gemeint, aber es ist 2K und wir wissen aus der Vergangenheit, was die alle schon gebracht haben und ich kann es mir wirklich gut vorstellen und ich wundere mich nicht, wenn ich es sehe, aber stellt euch mal vor, das Auktionshaus wird irgendwie an einen Season Pass, den du dir kaufst, gebunden. Auktionshaus, Pro-Pass-Only, ich kann es mir vorstellen, keine Angst, dazu wird noch nichts gesagt, aber gerade das macht mir auch ein bisschen Angst. Der zweite Punkt ist, welche Spieler können überhaupt verkauft werden? Auf dem Bild von 2K, was wir gesehen haben in dem Livestream, waren das Base-Set-Karten. Ich glaube, Donchitsch, ich glaube, Mianis und noch eine Karte, das waren alles NBA-Series-1-Karten. Wir hatten letztes Jahr das Fiasco mit den Special-Inserts, Unsellable-Karten und weiteren Dingen, die einfach nur aufgeregt haben. Ich will mich nicht wundern, wenn Special-Inserts nicht gepostet werden können auf dem Auktionshaus. Wenn das Base-Set-Karten sind, wenn das Karten sind, die man erstmal einloggen muss, um andere Spieler zu bekommen, dann ist das einfach nur Spielermarkt 2.0 und das ist alles wie ein NBA 2K24, nur mit einer anderen Verpackung, die Auktionshaus genannt wird. 2K hat das Auktionshaus überhaupt erstmal gelöscht in 24, weil in 23 und in den Jahren zuvor über das Auktionshaus einfach viel zu viel gecheatet wurde. Leute haben sich von MT-Seiten aus China oder sonst woher einfach MTs günstig gekauft, die sie eigentlich nicht hätten kaufen dürfen. Normalerweise musst du dir die MT erspielen, VC kaufen und damit dann die Packs öffnen. Leute haben sich eben diese MT von den anderen Seiten geholt. 2K wollte dieses Geld nicht verlieren und wollte das Spielfeld fair halten und deswegen haben sie das Auktionshaus rausgenommen. Was sie damit dann gemacht haben, war eine absolute Katastrophe. Ich glaube, darüber müssen wir nicht mehr reden. Jetzt ist das Auktionshaus zurück und das Ganze soll hart bestraft werden, wenn es wieder passiert. Zero Tolerance war die Aussage von 2K. Mehr haben sie dazu nicht gesagt und das ist genau das, was mich stört. Was ist Zero Tolerance? Ist Zero Tolerance, wenn du dann erwischt wirst, dass du deinen Bann ganz sicher bekommst? Oder ist Zero Tolerance, dass du direkt komplett weggebannt wirst? Weil das ist jetzt meine Frage. Was ist die Bestrafung bei Zero Tolerance? Als Leute dann in der Vergangenheit erwischt worden sind, war die erste Strafe 14 Tage Bann. Wenn du das zweite Mal erwischt wurdest, 30 Tage Bann. Später haben sie es verschärft und haben gesagt, wenn du erwischt wirst, direkt 30 Tage Bann. Erst in der dritten, beziehungsweise später in der zweiten Stufe gab es Permabands. Und selbst da war nicht sicher, ist das ein Permaband für den Account. Ich mache mir einen neuen Account, kann wieder spielen. Oder ist das ein Permaband für die IP-Adresse. Das heißt, ich muss gefühlt meine Internetverbindung, mein Haus, was auch immer, ändern, damit 2K nicht mehr weiß, wer ich bin. Dazu wurde leider nichts gesagt. Ich glaube, das war auch mit Absicht, damit die Leute sich erstmal ein bisschen unsicher fühlen. Weil wenn 2K sagt, wir machen Zero Tolerance, es gibt erstmal 14 Tage Bann, dann sagen sich Leute, ja, dankeschön. Ich hole mir am ersten Tag 10 Millionen MT, die reichen gefühlt fürs ganze Jahr. Ich bin dann irgendwann mal im Urlaub 14 Tage und dann wird schön mit den MTs geballert. Weil genau so haben das Leute in 2K23 gemacht. Als dann rauskam, es gibt 14 Tage Bann oder 30 Tage Bann, haben Leute gesagt, okay, alles klar, bin im Urlaub, 30 Tage Bann nehme ich gerne. Und als die aus dem Urlaub zurückkamen, wurde erstmal schön eingekauft. Nochmal zu dem Thema Zero Tolerance. Im Auktionshaus wurden verschiedene Sachen gemacht, mit denen man entweder ganz viele MT bekommen hat oder ganz viele MT gespart hat. Das eine ist einfach, dass man Spieler teuer verkauft. Wie kann es sein, dass ich Spieler teurer verkaufe? Das System von 2K muss erkennen, wann ein Spieler wertvoller ist als ein anderer. Und da ist ein ganz großer Punkt Plaketten. Wenn ein Spieler mehr Plaketten hat als ein anderer, dann ist er wertvoller. Es gab in 2K23 einen ganz großen Trend, dass Leute sich gute Karten geholt haben, denen ganz viele Hall of Fame Badges gegeben haben. Später dann jetzt in 2K25 sogar Legend Badges. Und diese Spieler, die sind für das, ich sag jetzt einfach mal, das Zehnfache weggegangen. Wenn das System sowas nicht erkennt, dann sind wir, beziehungsweise die Leute, die das machen, am Arsch. Weil du wirst bestraft für etwas, was legitim ist. Und das kann nicht sein. Ich bin sehr gespannt, wie das gelöst wird. 2K hat dazu nichts gesagt. Mal gespannt, ob das auf Twitter mal eine Nachfrage gibt oder in diesem Community Discord. Und ob darauf eingegangen wird, weil das wäre extrem wichtig. Eine zweite Sache, das günstig kaufen, Sniping. Was ist, wenn ein Spieler, ein anderer Spieler, einen Fehler macht oder sagt, ich habe keinen Bock mehr auf das Spiel und verkauft alle seine Spieler, auch die guten, für 1000 MT sofortkauf. Ich sehe das, kaufe den Spieler und habe auf einmal einen Kauf in dem System drin, der absolut abnormal ist für das System. Werde ich dann gebannt? Was ist das? Das ist ein ganz normaler Weg, um sich MTs zu erspielen mit einem Aktionshaus. Wenn du jemand bist, der auf Flohmärkte geht und Ebay-Kram macht und handelt und so weiter, du kaufst Sachen so günstig wie möglich ein, um es dann so teuer wie möglich zu verkaufen. Das ist ein ganz normales Geschäft. Aber hier muss man wirklich Angst haben, wieder, weil es 2K ist und die Kommunikation so abnormal schlecht ist, dass du dafür bestraft wirst. Da würde ich gerne mehr wissen, Leute. Auch eine Sache, die nicht möglich sein wird, die aber dann auch später schon nicht möglich war und in 2K24 sowieso nicht, sind Giveaways an die Community. Streamer können keine MTs an ihre Community weitergeben in Form von Käufen im Auktionshaus. Ist auch eine Sache, die niemals gelöst werden kann, weil selbst wenn jemand wirklich cheatet und dann die Ausrede ist, ja, das war ein Giveaway, was soll 2K machen? Ist ein Punkt, den ich einfach nochmal dazugenommen habe, dass das Video über 8 Minuten geht und ich euch in der Mitte noch eine Werbung reinknallen kann. Spaß bei Deckel! Das war's schon, ja. Also das sind die Punkte, die ich mir so nach einer Nacht schlafen überlegt habe. Was meint ihr? Ist euch noch irgendwas eingefallen? Hat euch noch irgendwas von 2Ks Seite gefehlt? Ich finde, bei allem, was 2K gesagt hat, die haben auch so viel nicht gesagt und das ist nicht nur im Auktionshaus so, das ist auch in den anderen Spielmodi so. Deswegen, der Hype ist jetzt ein bisschen gewachsen, aber wir müssen auf dem Teppich bleiben. Wir müssen wirklich auf dem Teppich bleiben. Wenn du trotzdem 2K vorbestellen willst über den PSN-Store, dann überleg dir doch mal bitte, ob du dein PSN-Guthaben über meinen Link in der Videobeschreibung bei Instant Gaming holst. Du profitierst von den günstigen Preisen. Ich glaube, irgendwie teilweise 17, 18% auf die PSN-Karten und der Wert bleibt der gleiche und ich bekomme 3% von deinem Kaufpreis. So transparent will ich sein, so kannst du mich supporten und dir selber was Gutes tun. Wenn du weitere News zu NBA 2K24 sehen willst, dann guck dir mal dieses oder dieses Video an. Irgendwo kannst du noch abonnieren und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ich bin erstmal raus. Bye, bye.